Ein richtiger Mann sein bedeutet, dass man muss Muskeln haben, gut im Bett sein, einen guten Status haben, in einer Führungsposition sein, genau wissen, was man will und ganz wichtig, seine Gefühle immer hinten anstellen. Ganz sicher wird jetzt die meisten von euch sagen, okay, nein, das ist natürlich nicht, was ein richtiger Mann ist. Und trotzdem ist es so, dass ganz viele genau das noch glauben. Das sind die meisten sogar gar nicht unbedingt selber schuld. Heute, meine lieben Freunde, geht es um Performance-Druck bei Jungs und Männern, also im Grunde jeder Altersklasse. Dieses Video hier ist ein bisschen freier gestaltet, deswegen habe ich in diesem Video auch keine Quellen. Ich habe mich zwar zu verschiedenen Themen eingelesen, aber ich habe auch schon ganz, ganz viele Gedanken bei mir selber im Kopf, weil ich wollte dieses Thema schon ultra lange angehen. Also Performance-Druck bei Jungs, ich finde das super spannend und das zieht sich so ein bisschen auch durch unsere Generation. Deswegen ganz vieles in diesem Video ist so meine Erfahrung mit dieser Generation, aber auch ganz viel von Erfahrungsberichten von euch da draußen, denn ich war mit euch ganz viel über Instagram im Austausch. Ihr habt mir sehr viel geschrieben und das hat mir unglaublich bei diesem Video auch geholfen. Deswegen, wie gesagt, es gibt keine expliziten Quellen, weil ich nicht wüsste, wohin ich jetzt verlinken sollte, aber ihr sollt super gerne auch eure Ideen und Meinungen zu diesem Video in die Kommentare schreiben. Decken sich eure Gedanken ungefähr mit dem, was ich hier sage oder seid ihr ganz anderer Meinung? Also das Video ist ganz frei, ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare und bin vor allem auch gespannt, ob ihr sagen würdet, dass ich so ein bisschen was Vernünftiges rausgearbeitet habe oder ob ihr sagt, so ne Jonas, du bist hier komplett auf dem Holzweg. Achso und ganz kurz bevor ich das vergesse, viele Leute schauen meine Videos, obwohl sie mich nicht abonniert haben. Und ich würde mich natürlich darüber freuen, weil dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und jeder YouTuber sagt es immer, aber ja, ich würde mich darüber freuen. Vielleicht habt ihr ja Zeit, mich zu abonnieren gerade. Bevor ich jetzt über Performance-Druck bei Männern rede, möchte ich ganz kurz eine Sache noch sagen. Dass ich heute über Probleme und Sorgen von Männern spreche, bedeutet nicht, dass es nicht genauso auch Probleme und Druck und alles, was damit verbunden ist, bei Frauen gibt. Also ich spreche heute zwar über Männer, aber ich schließe nichts, was Frauen angeht, irgendwie aus. Ich kann einfach nur besser darüber sprechen, auch weil ich selber männlich bin und deswegen auch sehr viel einfach aus eigener Erfahrung sagen kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man sich in unserer Hyper-Vogue-Society als Mann, ich sag mal, beklagt oder über Sorgen und Probleme spricht, dass es manchmal fast schon als frauenfeindlich aufgefasst wird, was natürlich überhaupt nicht so gemeint ist. Sondern ich einfach nur versuche zu erklären, wo das Problem liegt. Deswegen bitte, liebe Frauen, fühlt euch nicht getriggert oder irgendwie, dass ich eure Probleme beiseite schiebe und sage, ey, Frauenprobleme gibt es gar nicht und hier hört auf die Männerprobleme. Sondern ich möchte einfach nur sagen, es gibt trotzdem auch Männerprobleme. Und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen ein Kern dieser Gedanken, die ich jetzt gleich habe, dass es mal auch ganz wichtig ist, dass man als Mann über diese Sorgen und Probleme spricht. Weil das passiert auf jeden Fall viel zu selten. Aber ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein in Kapitel Nummer 1, was ist ein Mann? Also der biologische Unterschied zwischen Mann und Frau ist ja relativ einfach zu erklären. Ich weiß, das hört man in diesen Gender-Debatten von heute nicht so gern und das sollte man da auch als Argument fast gar nicht mehr bringen. Aber einen biologischen Unterschied gibt es in den allermeisten Fällen trotzdem. Die Geschlechtschromosomen bei der Frau sind zwei X-Chromosomen, beim Mann ist es ein X- und ein Y-Chromosomen. Das ist so auf genetischer Ebene der Unterschied. Das äußert sich dann später in verschiedenen unterschiedlichen Ausprägungen. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, tatsächlich sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau gar nicht mal so groß, wie man, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten vor allem, immer noch angenommen hat. Das sehen wir jetzt auch im Laufe des Videos. In vielen Punkten gleichen sich Männer und Frauen doch mehr als das, wie es so die ganzen patriarchischen Strukturen über die ganzen letzten Jahrhunderte so vermuten lassen würden. Ich habe jetzt ein kleines spannendes Experiment mit euch vor und das habe ich genauso auch schon auf Instagram gemacht. Das ist das Spannende. Ich werde euch jetzt gleich einen Satz sagen und ihr müsst einmal kurz verinnerlichen oder verbildlichen, was so die ersten Gedanken dazu sind, die euch dann in den Kopf schießen. Passt auf, der Satz ist folgender und ich gebe euch dann fünf Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Das ist ein echter Mann. Denkt fünf Sekunden darüber nach. Okay, vielleicht habt ihr jetzt eigene Gedanken dazu im Kopf. Das Coole ist, ich habe, wie gesagt, jetzt auch schon Ergebnisse über Instagram bekommen. Ganz, ganz viele Nachrichten von Männern und auch Frauen, also beider Geschlechter. Und ich habe die Top 5 Attribute, die ihr mit einem richtigen Mann im ersten Moment assoziiert habt, einmal aufgeführt. Und zwar der Reihenfolge nach, wie sie am meisten vorkamen. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Ergebnisse haben mich im negativen Sinne überrascht. Ich fand es fast ein bisschen erschreckend, aber ich sage euch jetzt mal, was ich meine. Platz Nummer 1 war, ein echter Mann weiß, was er will. Platz Nummer 2 war, ein echter Mann kann sich und seine Frau verteidigen. Das war hier also in so einer heterosexuellen Denkweise. Also dieses physische, dieses kräftig kann sich verteidigen. Platz 3 war, ein echter Mann gibt den Ton an, wenn es darauf ankommt. Also dieses Entschlossenheit oder diesen kühlen Kopf bewahren, wenn es wichtig ist. Platz 4 war, ein echter Mann ist erfolgreich im Berufsleben. Ich denke mir die Sachen nicht aus. Das ist die Zusammenfassung der Sachen, die ihr geschrieben habt. Platz 5 war, ein echter Mann kann die Familie ernähren. Das waren die Sachen, die ihr meist geschrieben habt. Wie gesagt, das waren nicht nur Frauen, die das geschrieben haben, sondern genauso eben auch Männer. Man muss natürlich dazu sagen, das waren die Dinge, die einem als erstes in den Kopf kommen. Und ich habe euch auch extra gebeten, ehrlich zu sein. Also klar hätte man auch dann mogeln können. So war es hoffentlich das ungefilterte Ehrliche bei dem Gedanken, das ist ein echter Mann. Manche haben übrigens auch gedacht, dass damit das Optische gemeint ist. Da wurde am meisten geschrieben, groß, muss gelöst und muss Bart haben. Das waren so die optisch-visuellen Gedanken zu ein echter Mann. Mich hat das tatsächlich ziemlich nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Weil es wurde kaum mal so Dinge geschrieben, wo ich gedacht hätte, das hätte man auch schreiben können. Wie zum Beispiel, wie gesagt, das sind jetzt Sachen, die jetzt kaum geschrieben wurden. Ein echter Mann ist liebevoll zu seinem Partner oder seiner Partnerin. Ein echter Mann hat guten Humor. Ein echter Mann spricht mit seinen Freunden über seine Gefühle. Ein echter Mann mag es, nach dem Sex zu kuscheln. Ein echter Mann weint mal, wenn es ihm schlecht geht. Davon war quasi gar nicht die Rede, sondern es ging um dieses, weiß, was er will, kann sich verteidigen, ist erfolgreich, kann die Familie nähern, all solche Sachen. Und wie gesagt, diese Tatsache hat mich was nachdenklich gemacht. Weil ich mich gefragt habe, ob man, wenn man diesen Attributen nicht anspricht, dann kein richtiger Mann ist in unserer Gesellschaft. Man muss natürlich dazu sagen, dass uns dieses Idealbild Mann bereits seit Kindheitstagen indoktriniert wurde. So sind zumindest in den letzten Jahrzehnten die Superhelden alle muskulöse Männer gewesen, die immer genau wussten, was sie tun und gefeiert wurden und in den meisten Fällen sehr feminin gezeichnete Frauen aus irgendwelchen Situationen gerettet haben oder denen geholfen haben, wie auch immer. Man hat hier also eine sehr klare Zeichnung gehabt. Und dann, ich bin auch so mit Sätzen aufgewachsen wie, Indianer kennen keinen Schmerz, wenn ich irgendwie hingefallen bin. Oder auch so Sachen wie, sei ein Mann keine Memme. So, das sind so Sachen, die habe ich noch so im Kopf und das sind natürlich Dinge, die brennen sich in irgendeiner Form in den Kopf ein. Das heißt also, man hat also schon von Kindheitstagen an so eine Idee davon, als Junge, wenn man aufwächst, wie man später in der Gesellschaft irgendwie funktionieren sollte. Oft wird da gesagt, okay, aber das ist ja auch biologisch so. Es gibt ja einen Unterschied, Jungs oder Männer sind ja auch Testosteron geladen und natürlich müssen die dann kräftiger sein oder mehr aushalten, robuster sein. Tatsächlich ist aber das Allermeiste eigentlich gesellschaftliche Sozialisation. Studien zufolge ist es nämlich zum Beispiel so, dass Vertreter traditioneller Männlichkeitsnormen statistisch seltener zum Arzt oder zu Psychotherapeuten gehen. Das liegt daran, dass viele Männer die Unterstützung von anderen vermeiden, weil ihr Status als starker Mensch, der alles von alleine meistern kann, zentral für das eigene Selbstbild ist. Häufig nehmen andere Männer, die sich als richtige Männer wahrnehmen wollen, also auch keine Hilfe von anderen in Anspruch, weil sie eben nicht als Schwächling dastehen wollen, weil eben aber auch viele Männer genauso sozialisiert wurden oder immer noch werden. Zugegebenermaßen, Rollenbilder brechen immer mehr auf, was auch gut ist, aber gerade unsere Väter und unsere Großväter sind eben genauso herangewachsen. Alleine ja auch der Fakt, dass Männer in den Krieg geschickt wurden, Frauen und Kinder sind zurückgeblieben. Das macht natürlich auch was mit den Kindern, die da heranwachsen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, die so ein bisschen vorbeispielt, wie, ja, in diesen alten patriarchalen Strukturen ganz viel eben im Kopf mit Jungs und Männern passiert, was sich aber eben bis heute auch noch auf uns auswirkt. Lustigerweise habe ich jetzt bei der Recherche herausgefunden, dass im Grunde das, was ich bei Instagram gemacht habe, genauso auch schon in einer Studie wissenschaftlich durchgeführt wurde. Und da wurden da 463 Männer dazu befragt, was einen Mann ausmacht. Also, wann ein Mann ein Mann ist. Und wie gesagt, das ist jetzt das Selbstbild der Männer. Hier spielt nicht ein, was Frauen darüber denken. Ich habe es eben schon erwähnt, dass eine Studie, die 2020 veröffentlicht wurde, also nicht irgendwie vor 30, 40 Jahren, 55 Prozent, wann ein Mann ein Mann ist, ist emotionale Zähheit. Das ist das, was ich meine. Man spricht nicht über Gefühle, man kommt da durch. Diese Gedanken Versorgung für die Familie, also für die Familie da sein. Vermeidung von Weiblichkeit ist auch krass irgendwie. Und immerhin Platz vier ein Gentleman sein. Das ist immerhin besser, so wie meine Instagram-Umfrage abgestritten hat. Und dann kommt auch schon sowas wie Arbeit. Also wir sehen hier dieses Bild, was Männer davon haben, was einen Mann ausmacht. Das ist schon noch sehr problematisch, meiner Meinung nach. Wir reden hier von nichts, was vor 20, 30 Jahren ein Problem war. Und deswegen glaube ich halt auch, dass es so wichtig ist, heutzutage darüber zu sprechen. Wie gesagt, heutzutage brechen mehr und mehr Geschlechterrollen und auch Stereotypen auf, was ich sehr gut finde. Aber es gibt trotzdem gleichzeitig auch immer noch viele Momente, in denen genau solche Stereotypen manifestiert werden. Zum Beispiel auf Social Media oder eben zum Beispiel auch in Reality-Shows. Wie ich das in einem meiner letzten Videos über Reality-Shows schaut euch gerne mal an, gesagt habe. Ein Kapitel, was ich super spannend finde, dreht sich um die Sexualität. Weil Sexualität ist im Alltag auch immer wieder entscheidend oder hat auch viel mit Identifikation zu tun. Und deswegen Kapitel Nummer 2, sexuelle Performance. Der Grund, warum ich dieses Video hier überhaupt drehe, ist eine noch viel ältere Umfrage von mir. Die ist fast schon, würde sagen, fast ein Jahr alt. Und die fand ich damals super spannend. Da habe ich nämlich bei Instagram gefragt und da haben über 70.000 Leute daran teilgenommen. Ich habe gefragt, ob sich Jungs schon mal in einem sexuellen Kontext unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und damit meine ich jetzt nicht so ein bisschen Angst vor dem ersten Mal, sondern grundsätzlich wirklich so sexueller Druck, ob das Jungs schon mal erlebt haben. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht so 10%, 20% so. Weil so, wenn man mit Jungs einfach spricht so. Wie viele Jungs sagen da, dass sie sich irgendwie mal unter Druck gesetzt gefühlt hat? Dass irgendwie die meisten sagen so, ja, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Wenn man anonym bei Instagram abstimmen kann, kommt da was anderes bei rum. Und wie man hier sieht, einem Ergebnis, 53% der Jungs haben ja gesagt, dass sie sich schon mal sexuell unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und wie gesagt, ich meine nicht diese kleine Angst vor dem ersten Mal oder ein bisschen Angst. Und ich habe dann mal nachgefragt, wenn mich das interessiert hat, was damit genau gemeint ist. Und ich habe hier spannende Antworten bekommen. Hier wurde geantwortet, du musst die und die Vögeln, damit du cool bist und so und so viel Sex haben, um ein Mann zu sein. Wisst ihr, genau das meine ich und das denken Jungs von heute. Man fühlt sich generell unter Druck gesetzt, wenn man nicht wirklich lang durchhält. Das ist beim Sex gemeint. Hab das Gefühl, als Junge muss man im Bett immer perfekt sein, wenn nicht, wird man ausgegrenzt. Auch das ist sehr spannend. Im Übrigen, alle Sachen, die ich hier reinpacke, sind Sachen, die ganz, ganz oft geschrieben wurden. Also ich nehme mir keine Sachen, die nur einmalig geschrieben wurden, sondern das sind wieder die Sachen, die so die Situation am besten widerspiegeln. Dann hat hier lustigerweise auch mal ein Mädchen was geschrieben. Und zwar hat sie geschrieben, nein, aber für mich muss ein Mann generell stark, hart und ein Beschützer sein. Das ist halt sehr spannend einfach. Andere Jungs haben geschrieben, ist es cool, viele zu haben. Alle in meinem Umkreis hatten schon Sex und ich noch nicht, fühle mich teilweise unter Druck. Oder auch einer schreibt, irgendwie alles zusammen und Penisgröße gelabern, nervt. Anderer schreibt wieder was von Performance-Druck. Das fand ich super spannend zu sehen, dass sich also doch eine Vielzahl an Jungs und Männern genau mit diesen Gedanken und diesem Druck auch beschäftigen. Das ist was, was wirklich im Kopf stattfindet, als dass man, ich weiß nicht, ob jemand das heutzutage wirklich noch so denkt, aber einige denken ja irgendwie, dass Männer oder Jungs einfach so schwanzgetriebene, ja, man nimmt alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist und man macht es auch einfach so, weil man ist es ja so, so ein Zack-Zack. Das ist mit viel mehr Gefühlen und Gedanken und Sorgen verbunden. Und was ich ganz aufregend fand jetzt bei meiner Recherche, was ich rausbekommen habe ist, und das fand ich wirklich super aufregend, oftmals würde man Männern und Frauen beim Sex unterschiedliche Dinge zuordnen. Und zwar Frauen würde man eher gefühlsbetonteren, emotionalen Sex zuordnen, der was mit so einer, auf der Beziehungsebene, auf der Gefühlsebene was damit zu tun hat. Und Jungs eher das Körperliche, das Befriedigen, zum Orgasmus kommen, was losgelöst von Emotionalität ist, sondern mehr was Körperliches. Und tatsächlich kam aber raus, dass es tatsächlich fast äquivalent, fast gleich ist. Dass Jungs und Mädchen gleichermaßen auf Emotionalität beim Sex, auf Gefühle, auf das, was im Kopf stattfindet, stehen. Und natürlich auch auf das Körperliche, aber primär eben auch das, was im Kopf stattfindet. Und das fand ich so aufregend. Einfach auch nur mal, um das aufzubrechen und einmal dieses stereotypische Klischeebild vom Mann oder vom Jungen, der Sex haben will, rein aus körperlichen Gründen, um das mal so ein bisschen wieder einzufahren oder einzudämmen. Dem ist nicht so. Ich habe gemerkt, dass man das vor allem in drei Dinge gliedern kann. Jungs fühlen sich von Frauen unter Druck gesetzt, Jungs fühlen sich von anderen Jungs unter Druck gesetzt und Jungs fühlen sich durch Erfahrungen oder Erlebnisse unter Druck gesetzt. Einfluss auf diese Eindrücke zum Beispiel haben der Ansicht nach viele Sexualtherapeuten eben Pornos. Darüber habe ich ja auch ein eigenes Video gedreht, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auch das gerne mal anschauen. Also der viele Pornokonsum kann wirklich ein großes Problem sein. Erstmal ist es so, dass sehr, sehr viele Jungs in den meisten Fällen ihren ersten Porno konsumieren, bevor sie ihr erstes Mal haben. Der Statistik nach sogar meistens drei, vier, fünf Jahre vor ihrem ersten Mal. Das heißt also, man wächst mit einem Bild von Sex auf, das überhaupt nicht der Realität entspricht, sodass der Druck vor dem ersten Mal immens groß ist, weil man das Gefühl hat, man muss genauso abliefern. Und wie ich das in meinem Video über Pornos schon gesagt habe, der Körpervergleich, den man vielleicht hat mit den Pornodarstellern, die man gesehen hat. Und auch dieses Thema, dauerhafte Erektion haben, ewig lang beim Sex durchhalten zu können, ganz viele Stellungen auch können, genau wissen, wie Oralsex funktioniert und so weiter und so fort. Also tausend Gedanken, die sich ein Junge vor seinem ersten Mal macht und gleichzeitig auch eben diese Ängste. Und das Problem ist ja so ein bisschen bei Jungs, bei Frauen und Mädchen gibt es da auch Probleme, also die auch ähnlich sein können mit Verkrampfungen oder Trockenheit und so. Aber bei Jungs ist ja so ein bisschen das Problem, um penetrativen Sex zu haben, brauchst du eine gewisse Erektion so. Und wenn du zu aufgeregt bist, dann kriegst du diese Erektion nicht hin und du kannst keinen penetrativen Sex haben. Wie gesagt, es gibt ja auch andere Formen von Sex. Aber das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, der bei vielen Jungs oder Männern im Kopf passieren kann. Das Problem ist, wenn du aufgeregt bist, weil du Angst hast, du könntest keine Erektion kriegen, passiert automatisch nichts anderes als, das ist dann unser Nervensystem, was reagiert in dem Moment. Bei Aufregungen passiert es, dass sich das Blut anders verlagert. Das Blut schießt entweder in deinen Kopf, weil halt viel Blut in deinem Kopf sein muss, um eben in einer Situation, das ist eben biologisch bedingt, weil man in einer Situation dann eben entsprechend auf Reiz reagieren muss. Das Gehirn muss gut durchblutet sein, damit es eben reagieren kann. Oder zum Teil werden auch die Beine und Füße sehr stark durchblutet, damit man im Zweifel schnell wegrennen kann in einer Situation, in der man nervös ist oder Angst hat. Das Blut ist also überall im Körper, nur nicht da, wo es dann in dem Moment eigentlich hin sollte, und zwar im Genitalbereich, was eben dazu führt, dass man im Zweifel, weil man so nervös ist, keine Erektion bekommt. Das Problem ist aber, dieses Wissen bringt einem nicht viel, weil wie gesagt, man kriegt ja keine Erektion, weil man nervös ist. Und andersherum ist man aber nur nervös, weil man eben Angst hat, dass man keine Erektion kriegt. Also es ist so ein dummer Teufelskreis. Am Ende des Tages, das habe ich eben schon gesagt, ist halt ultra wichtig, dass man sich darüber bewusst ist. Sex ist eben viel mehr oder ausschließlich mehr als die Performance. Das heißt also, man sollte sich davon komplett loslösen. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen was. Aber das schon mal als kleiner Vorgeschmack dafür, dass ihr versteht, woher dieser Performance-Druck bei Jungs eben kommt. Aber ich erkläre das im nächsten Kapitel mal ein bisschen genauer, und zwar Kapitel 3, Wettkampf unter Jungs. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich sage. Ich sehe in vielen Aspekten, dass Jungs untereinander schon auch sehr positiv sein können. Also ich merke das gerade in der Fitnessszene zum Beispiel, wenn ich das auf Social Media vergleiche. Viele Jungs pushen andere Jungs, die gerade erst anfangen. Oder auch Männer beim Sport. Man motiviert sich gegen das. Das ist nicht so, man guckt nach links und rechts und gönnt nicht so. Das habe ich schon das Gefühl, da gibt es sehr viel Positivität unter Jungs. Eine Sache, die ich unter Jungs sehr toxisch wahrnehme, ist das Sprechen über die eigene sexuelle Performance. Bei Jungs geht es schon sehr früh hintereinander los, dass man sich vergleicht und dass Machtkämpfe entstehen. Beobachtet man zum Beispiel bei Kindern im Kindergarten durch Rangeleien oder auch im Grundschulalter oder vielleicht manche sogar noch in der weiterführenden Schule, Rangeleien oder so kleine Schlägereien, dass man so ein bisschen danach ringt, wer ist der Stärkere. So Hierarchien. Das ist nicht, was alle Jungs oder so machen, aber das kann man bei einigen beobachten und auch signifikant mehr als bei Mädchen. So ein bisschen liegt es vielleicht dann schon im Naturell von Jungs. Wie viel das jetzt genau ausmacht, kann ich nicht sagen. Ich sage nur, das ständige Vergleichen von Jungs ist eine sehr tief verankerte Problematik, weil das geht später eben noch weiter. Unter Jugendlichen geht es dann schnell eben damit los, dass dann verglichen wird, ey ich habe das und das schon im Bett gemacht oder ich habe schon mit so und so vielen geschlafen. Man redet gar nicht mehr über ernsthafte Probleme oder Gedankensorgen, die man hat so. Man redet nicht großartig darüber, boah wie macht man das denn eigentlich so beim ersten Mal, was mache ich denn eigentlich, wenn ich dann, wenn ich irgendwie keinen hochkriege oder so. Sondern oft ist es dann, dieser Teil wird voll übersprungen, es wird einfach nur gesagt, ja ich habe die und die so durchgenommen und das und das so gemacht. Ich sage euch ehrlich, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mit 18, 19 so gute Freunde gefunden, mit denen ich voll locker über richtig gut diese Sachen reden konnte, die mir auch helfen konnten. Also ich habe da gute Erfahrungen gemacht, aber mir haben halt voll viele bei Insta geschrieben, dass deren Freundeskreis gefühlt sau toxisch ist oder die Jungs mit denen die abhängen. Dass es da halt voll dieser krasse Vergleichswettbewerb ist und wer hat das und das gemacht. Und das ist eben so ein bisschen das, was ich meine, was eben problematisch ist unter Jungs oder problematisch sein kann. Ich würde sogar fast behaupten, dass ein Großteil an Jungs schon auch unter diesen patriarchalen Strukturen leiden, in die sie hineingeboren werden. Ich weiß, das ist eine schwierige These vielleicht, weil man genauso auch sagen konnte, ey, ihr seid privilegiert als Jungs oder Männer, beschwert euch mal nicht. Aber ich möchte wie gesagt dazu sagen, so einfach kann man es sich in der Argumentation nicht machen. Und es ist nicht so einfach, wenn man mit gefühlskalten Vätern aufwächst, die einem diese patriarchalen Strukturen schon recht stark vorleben. Und eben dieses, hey komm, sei ein Mann und du musst da durch und sei erfolgreich, das ist wichtig, du musst die Familie ernähren können. Und all das eben einem so krass einprägen, obwohl man das vielleicht gar nicht möchte oder kann. Ein anderer spannender Aspekt ist aber wie gesagt auch, was die Frau eigentlich will. Deswegen Kapitel 4, der richtige Mann für die Frau. Jetzt muss ich dazu sagen, dieses Kapitel ist eher, würde ich sagen, ein heterosexuelles Kapitel. In Aspekten kann man das aber, glaube ich, auch genauso auf andere sexuelle Ausrichtungen übertragen und entschuldigt das Bild dabei. Hier ist es ein bisschen schwer, das auseinander zu friemeln. Deswegen seid mir nicht böse. Ich kann das hier jetzt nicht ganz verallgemeinern, weil es bezieht sich jetzt ein bisschen auf dieses stereotypische Männer-Frauen-Bild, was es eben leider aktuell noch gibt. Und zwar, ich habe hier nämlich eine ganz spannende Anekdote von einem ganz guten Freund, der in folgender Situation war. Und zwar ist der vor ungefähr einem Jahr mit einer Frau zusammengekommen, die ist so relativ, was ist jetzt schwierig zu beschreiben, die war relativ dominanter Natur. Und auch sehr, so sehr emanzipiert und feministisch. Und der war es halt immer sehr, sehr wichtig, dass es eine ganz klare Loslösung von den stereotypischen Rollenbildern gibt. Sondern es war so, wenn die in der Uni war, war ihr sehr wichtig, dass er auch zu Hause sauber macht. Auf jeden Fall, wenn sie kommt oder bevor sie kommt und auch für sie gekocht hat mal und so. Also es war sicherlich irgendwie auch gleich verteilt. Aber ihr war es halt auch wichtig, dass es auch so stattfindet, was ja auch alles in Ordnung ist. Sie hat eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es mindestens gleichgestellt ist. So vom Ding her war es aber eher fast so, dass sie auch Tongeber war und gesagt hat, wann was wie gemacht wird. Und wenn es irgendwo hinging, so hat sie das eher entschieden. Und er hat sich dem auch so ganz gut gefügt. Und dann hatte er aber irgendwann folgende Situationen. So nach den ersten Monaten, in der sie sich so kennengelernt hat, hat sie irgendwann zu ihm gesagt, du bist beim Sex gar kein Mann. War er halt so voll verwundert. Und hat sie dann eben gefragt, was sie damit meint. Und hat sie gesagt, so ja, sie möchte beim Sex auf jeden Fall, sie möchte harten Sex. Sie möchte richtig angepackt werden. Sie möchte dominiert werden. Sie will Befehle bekommen. Und sie hat halt so was gesagt, so, du musst im Bett ein richtiger Mann sein, der über die Frau herrscht. Das war das, worauf sie sexuell stand, was ja auch nicht verwerflich ist. Das Problem war, dass er dadurch ultra verwirrt war und auch überhaupt nicht mehr wusste, wo er hin sollte. Tatsächlich ist die Beziehung, glaube ich, unter anderem auch daran kaputt gegangen. Also die Beziehung ist kaputt gegangen. Ich glaube, dass das ein signifikanter Teil war, warum die Beziehung kaputt gegangen ist. Darf man hieraus natürlich nicht die falschen Schlussfolgerungen ziehen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass man im Bett nicht irgendwie als Typ dominant sein kann und dann dafür im echten Leben, aber dann auch irgendwie die Frau schlecht behandeln muss, sonst irgendwas. Versteht mich da nicht falsch. Ich sage nur, dass es aktuell viele, viele Männer gibt, die sich in einem extrem schwimmenden Zustand befinden, der sehr komplex zu bewerten ist. Man befindet sich in einem Zustand aus einer väterlich-patriarchal geprägten Mann-Erziehung. Du musst hier hart sein, du musst keine Schmerzen. In einer Zeit, die gleichzeitig aber auch voll vogue, aufgeklärt und feministisch ist, was ja auch gut ist. In der gleichen Zeit, in der einen Pornos aber auch suggerieren, man muss im Bett ein absoluter High-Performer sein und man das Gefühl hat, man sollte am besten vor seiner Freundin einen Body-Count von 3 haben und vor seinen Freunden einen Body-Count von 300. Man sollte Gefühle haben wie jeder andere und die auch richtig viel zeigen, aber im Bett muss man sofort ein gefühlsloser Hengst sein, der ein richtiger Mann ist. Es ist zwar total in Ordnung, lauch zu sein, aber in Fernsehshows darf man trotzdem nicht, weil da muss man so ein Bizeps haben. Ein echter Mann soll genau wissen, was er will, soll sich genauso aber auch fügen können. Und woher soll man überhaupt wissen, was man will? Ein echter Mann soll den Ton angeben und auch erfolgreich im Berufsleben sein, aber was, wenn man das alles gar nicht will? Ganz wichtig hier nochmal an dieser Stelle, um das zu betonen. Ich sehe hier definitiv eine schwierige Situation für den Mann, was aber nicht heißt, dass Frauen, wie gesagt, nicht in einer genauso schweren Situation sind und das total wichtig ist, dass gerade die Gleichstellung der Geschlechter, dass das so vorangeht und dass das für gekämpft wird. Und ich sehe Feminismus auch als eine ganz wichtige Bewegung, also versteht mich da nicht falsch, ich führe hier eben nur gleichzeitig auch auf, dass es auch für den Mann in dieser Zeit nicht immer einfach ist. Kapitel 5, ein bisschen Mut. Das Gute ist, ich habe das eingangs schon erwähnt, ich habe das Gefühl, Rollenbilder brechen immer mehr auf. Und ich habe auch das Gefühl, man kann immer individueller und freier sein, noch viel mehr, als man das früher sein konnte. Zum Thema sexuelle Performance kann ich sagen, es ist Ultrakopfsache und ich verspreche euch, im echten Leben, die Angst ist in den allermeisten Fällen gar nicht angebracht. Also euer Gegenüber hat überhaupt keine Erwartungen an euch, niemand erwartet von euch, dass ihr ultra durchzieht, so und so aussieht, das und das alles könnt, das ist gar kein Ding. In den meisten Fällen hat die andere Person, mit der ihr Sex habt, wahrscheinlich genauso auch Angst oder Gedanken. Also geht das Ganze langsam an, sprecht einfach, seht es auch mal mit Humor und seid einfach locker. Einfach, das ist ganz wichtig, seid ganz entspannt. Und wenn mir was nicht klappt, ist das total normal, da musste jeder durch. Und bei mir hat auch schon tausendmal was nicht geklappt und manchmal war es mir unangenehm. Aber in den meisten Fällen weiß man einfach, das ist normal und es ist okay, beim nächsten Mal läuft es vielleicht besser. Und selbst wenn nicht, dann ist es halt so. Mega wichtig, ein Appell an die Jungs, sprecht unter euch auch über eure Gefühle, über eure Ängste und pusht nicht immer so. Pusht nicht so, unnötig. Macht keinen Flex daraus, mit wem ihr geschlafen habt oder was ihr da gemacht habt, angeblich. Tut nicht auf so krass, schickt nicht irgendwelche Videos rum, in denen ja vermeintlich irgendwas. Es ist so, ich hab das Gefühl, voll viele denken, dass man krass ist, wenn man irgendwelche Dinge schon gemacht hat oder mit so und so vielen irgendwas gestartet hat. Und das daraus herzuleiten, ist total Quatsch, weil auch die Motivation, Sex zu haben, um irgendwie einen hohen Bodycount zu haben oder so, oder um vor Leuten zu flexen oder um ein krasser Mann zu sein dann, ist halt wirklich Bullshit. Harter Bullshit. Und ja, vielleicht gerade kurz an Mädchen und Frauen da draußen. Weiß, ich muss immer vorsichtig sein, wenn ich sowas sage. Aber vielleicht habt ihr in diesem Video ja an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen verstehen können, dass es auch als Mann gar nicht immer so einfach ist, wie es vielleicht aussieht oder wie es vielleicht auch sein könnte. Und ich glaube, dass gegenseitiges Verständnis voll wichtig ist und mega krass helfen kann. Und wir unbedingt dieses alte Bild von, dass es ein echter Mann hinter uns lassen sollten. So wie das, was eben ganz viele damit aktuell noch verbinden. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video sagt. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Das war's von mir. Euch noch einen wunderbaren Tag. Und bis ganz bald wieder. Bis dann. Und ciao. Bis dann.